Du hast mein Tralala berührt. Mein Ding, Ding, doch. Pokémon Duel APK. Auf jeden Fall ein krasses Game. Warte kurz, bevor du es machst, geh mal bitte auf Home. Ja. Dann gehst du rechts in das Postfach, da gibt es nämlich ein paar Sachen. Ich möchte diese Kiste öffnen. Boah, jetzt bin ich gespannt. Erstmal tappen. Okay, 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 okay. Makuhita. Das habe ich auch bekommen, leider. Und ein Mewtwo, ja. Glaceon. Oh, krass. Was hast du denn da für ein krasses? Hä? Das zweite, das ist rare. Ich habe dir nicht so einen Mega-Power-Trank gelernt. Ich habe dir nicht so einen Mega-Power-Trank gelernt. Mein Ding, Ding, Dong. Ich habe den Mega-Power-Trank gelernt, kann ich nur noch mal sagen. Hast du den Mega-Power-Trank? Kann das sein? Oh, ja. Ich weiß natürlich nicht, was ich hier tun soll, außer einfach mal so eine Flanke. Nachdem ich gesehen habe, dass du keinen Konter gegen Lovander hast. Doch. Ja, der Typ-Bonus wird jetzt entscheiden. Nee, nee, hast du nicht. Das mit diesen Typen ist echt nervig. Ja, ich habe eh Smog-Screen. Kannst du machen, was du willst. Du hast meinen Tralala berührt. Mein Ding, Ding, Dong. Mein Ding, Ding, Dong. Easy gedodged, würde ich sagen. Alter. Gut ausgewichen. Nicht schlecht. Das war knapp ein Miss. Jetzt ist natürlich der Druck groß bei dir. Das merkt man natürlich auch noch eine gewisse Art und Weise. Da bist du schon am Spitzen jetzt. Das merkt man. Das ist teilweise auch wirklich nur so Hit oder Miss. Genau, das sage ich ja immer. Das ist eigentlich ein Hit-and-Run hier. Büm, büm, büm. Da hat sich keine Schock dagegen. Ja. Was soll ich machen? Tschüss, Lomanda. Was soll ich machen? Das hat natürlich keine Schnitte gegen den fucking... Tangela. Tangela. Alter, das ist teilweise echt nur Hit oder Miss, wie gesagt. Oh ja. Das ist ein einfaches Spielprinzip. Hit oder Miss. Wer kennt es nicht? Das Spielprinzip. Ach, komm mal. Ich würde sagen, easy. Was zur Hölle? Das ist einfach der Skill, der mich hier weiter carried. Und jetzt den Sieg holt. Das ist voll mies, du blockst. Was ist denn sonst? Soll ich das einfach nicht blocken. Du Stück, Alter. Ah, ich bin noch dran. Hä? Jetzt move'n. Wieso kann ich nicht move'n? Wieso kann ich nicht move'n? Wie, wieso kann ich nicht move'n? Weil du geswitcht hast. Kannst du irgendwas machen? Ich würde mir sagen. Ich schmecke schon so langsam, bekommt bei uns die taktische Note auch mehr Gewichts. Die taktische Note. Oh ne, dieses verkackte Tangela schon wieder. Echt jetzt? Tangela, Tangela. 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 Ah. Bitte gewinn, Shiki, ey. Das wäre nice. Ach schade. Warum? Nix. Weiß nicht warum. Das ist das krasse Fokum wieder haben. Ne, ne. Asch mit Ohren, ey. Du Asch mit Ohren. Ich mach'n Bonusangriff für den Superkill. Wow, Alter. Echt jetzt? Kann das sein? Jetzt nochmal unter uns, ne? Weg, die Zeit. Boah, Mann, ey. Das wollte ich verhindern. Korrekt, ey. Machen wir das so? Ich hasse, dass du die taktische Note ein bisschen Anklang findest hier in unseren Matches. Ich auch, ey. Finde ich richtig nervig. You touch my Döner-Teller. Ja, das war so klar, dass Tangela jetzt da durchgestrotzt kommt. Das war so klar. Das war so klar, dass der Spacko jetzt da durchgestrotzt kommt. Natürlich. Miss. Was ist Gale Wings? Was macht das? Ja, easy. Easy. Ich hab' doch einmal blind. Beint. Beint, blind, ist doch das gleiche. Ist doch das gleiche, oder? Ist doch dasselbe. Oder? Aber das Gute ist, du könntest seit vier jetzt noch eine Runde nicht reinbringen. Das ist das Schlechte. Okay, du meinst das also ernst. Was für ein Miss. Du kannst einfach... Endlich, Mann. Endlich. Puh. Okay. Mist. Hä? Hä? War ich nicht dran? Nee. Du hast es eingeladen. Ach so. Hast du das, äh, revived? Äh, das ging einfach so. Ich konnte einfach move'n. Ja, nice. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht hier. Das beste Spiel aller Zeiten. Pokémon. Hey, danke dir. Duel. APK. Auf jeden Fall ein krasses Game. Für alle Pokémon-Verliebten und Verliebtinnen. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, harte Tschüss. Ich war echt besser, aber war trotzdem nice. War es überhaupt nicht besser. Ja, okay. Ciao. No, lygenkvangel. What's up?